Beim Absturz eines Privatjets in Russland sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Auf der Passagierliste stand Behördenangaben zufolge auch der Chef der Söldnergruppe, Yevgeny Prigoschin. Nach Angaben der russischen Agentur für Luftverkehr ereignete sich der Absturz der Embraer-Maschine in der Region Tver, die sich rund 180 Kilometer nordwestlich von Moskau befindet. Prigoschin war zuletzt durch einen Putschversuch gegen die russische Militärführung am 23. Juni in die Schlagzeilen geraten. 200 Kilometer vor Moskau wurde die Kolonne der Wagner-Söldner gestoppt. Seitdem hielt sich Prigoschin offiziell in Belarus auf. Unlängst kursierte ein Video vom Wagner-Chef im Internet, die ihn auf einer Reise in Afrika zeigen sollte. Die Söldner-Truppe wurde vor allem durch ihr skrupelloses Vorgehen in Afrika und ihren Einsatz im Ukraine-Krieg bekannt. Abenn Checktation Abenn herein ritt